Wenn es jetzt besser wird als die Nova, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Du musst den Ball drauf halten. Du musst den Ball drauf halten. Du musst den Ball drauf halten. Und? Wir sind schon besser, guck! Okay. Und das ganze zwei Stück, mein Freund. Okay. Jetzt haben wir mal nichts mehr. Das, äh... Das... Nein. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, da war die AWP. Oh! 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 Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Big Butter. Ich begrüße euch recht herzlich in Counter-Strike Global Offensive. Und was ihr am Anfang gesehen habt, ist aus dem Livestream. Denn Micha war hier und wir hatten einfach nur super viel Glück. Es war richtig geil. Und am Ende seht ihr das ganze Ding nochmal komplett. Jetzt kommen wir erstmal zu diesem Contract Vertrag, den ich hier jetzt mache. Und dann kriege ich den MP7 Stat-Trak Nemesis. Richtig geile Waffe. FN hat mich richtig gefreut, also richtig genial und jetzt bei der nächsten Geschichte da kommt auch eine richtig geile Waffe bei rum und da hoffe ich, dass ich auch bald mal FN bekomme StatTrack, aber die ist richtig teuer aber irgendwie werde ich sie denn schon mal kriegen, ja es kommt ne Kill Confirmed bei raus dann will ich euch noch erzählen dass wir bald halt ne AWP bemalen, also in echt von jemand der professionell Airbrush macht, also das Ding wird richtig Hammer, freu ich mich schon super drauf euch das Video zu zeigen dann hab ich aus Versehen eigentlich auch so ein Contract irgendwie leider gelöscht, denn da kam am Ende tatsächlich ne Glock 18 StatTrack Dragon Tattoo raus hat auch einen Wert von 20 Euro und ich hab da nur irgendeinen Müll reingemacht und das Ding kam FN raus ja, da war sogar Battle Scarlet von Waffen dabei und so weiter also absolut die Krönung, dass da hinterher FN rauskam ist so viel Glück Hammerhart ja, und dann jetzt hier bei diesem ähm klar, ne verliert man da eventuell auch mal irgendwie Kohle aber im Endeffekt bei den ganzen Kramen bin ich dann 0x0 rausgekommen hatte dafür dann aber echt schöne Waffen das muss man mal dazu sagen und wir öffnen ja als bald ne Seite von daher freu ich mich drauf na gut jetzt kommt noch zum Schluss ne Akno Marien raus leider nicht FN aber ich wünsche euch jetzt noch mal mit der Aufzeichnung vom Livestream viel Spaß bis dann lasst ein Like da tschüss wenn es jetzt besser wird als die Nova dann sind wir auf dem richtigen Weg wir sind schon besser guck und das ganze zwei Stück mein Freund jetzt sagen wir mal nichts mehr jetzt bin ich gespannt oh da war die AWP da ist es jawohl da ist es oh mein Gott da ist es da ist es jetzt musst du stehen da ist es ey das ist es oh mein Gott wie geil wie geil da kriegst du eine getroffen dann kommt ein Messer oh yeah baby oh mein Gott ne Factory Nü nicht ich schätze mal minimale Gebrauchspuren sag ich's doch minimale Gebrauchspuren oh mein Gott oh mein Gott guck mal was das Ding wert ist 50 Euro oder so mehr ist das Ding nicht wert sag ich doch aber 50 Euro ja aber dass ich mal hin auf den Böckel zatschen lassen darf mein zweites besser meine Freunde sag das noch dazu mit Ansagen ok ok nein nein technisch dran ähm nein jetzt kommt eh nur noch schon warte ja komm ich geb dir nicht ganz so fest und dann kommen wir auf die AWP dann können wir vielleicht noch was verlosen der Community zu sehen komm wir schalten auch schon ne alter warte mal gucken was jetzt äh ich hoffe du hast wie haben wir heute hier WAAAHH siehste wenn ich richtig zugepackt hätte was passiert wäre mein Freund die Stelle geht nackt ja ha 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 oooohh 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 oooohh